Doof ist in der Black News Disco immer, wenn man die Partystimmung gerade so ganz weit oben hat, so wie hier heute Abend, dann kommt immer irgendein Mädchen an und sagt, Hey, kannst du nicht mal was von Sevier spielen? Klar, spiel doch mal den guten Launeparst, den Botschafter der fröhlichen Stimmung, Sevierneidung. Ja, Sevierneidung empfiehlt sich übrigens auch als Eröffnungstanz auf Hochzeiten. Ja, das braucht ein paar Spiele, das war erwartungsvoll. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Ja, damit man den Sevier auch mal in einer Schlagerdisco oder auf einer Hochzeit spielen kann, hab ich mir folgendes überlegt. Ah, der ist, 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 der ist. Wo willst du hin, wenn es macht jetzt keinen Sinn? Doch du bist, ich halte dich fest, such dich noch auf die Welt. Ich bin nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich am Leben hält. Und ich, wer schlecht in mich versteht. Ich bin nicht, ich bin nicht, was so schön ist wie du. Ich bin nicht, ich bin nicht, was so schön ist wie du. Und wenn ein Lied meine Wippen verlässt, Ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Vielen Dank.